Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der Playstation 3 und heute mal, was bekommt ein YouTuber für Playstation Nachrichten? Mein Computer ist immer noch in der Reparatur und aus diesem Grund wird das wohl nichts mit Let's Plays und aus diesem Grund habe ich mal eine Kamera geschnappt und schauen uns einfach mal an, was für Nachrichten so ein YouTuber eigentlich bekommt. Machen wir aber hier erstmal diesen Helikopter vom Denosch weg und diese GTR4 und die Ghost City und dieses komische Ice Age-Teiler. Das ist mein Gamer-Account YouTube Gamescom. Ich habe so ungefähr 700 Videos auf YouTube, ungefähr 400.000 YouTube-Videos, wo ich sage, Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der Playstation 3. Jetzt fragen sich natürlich viele, wie sieht das eigentlich aus bei so einem YouTuber und ich habe ja gesagt, ihr könnt mir gerne Nachrichten schicken und da schauen wir uns jetzt mal hier, fass an. Die Freundesanfrage. Gibt es immer wieder. Jo, wir werden auf jeden Fall wieder sagen. Hey, was geht? YouTube-Video. Grüß mal Sammy. Rimas... Rimas... Set... Te. 1, 2, 3 im Playstation N. Jo, hab ich gemacht. Und jetzt schauen wir uns das mal weiter an. Es tut mir leid, dass ich jetzt das nicht mit der Elgato aufnehme, aber ich denke mal, es geht auch so. Hey, hey, nop. Jo. Moin, moin, Hunter. Freundesanfrage. Hey, kannst du mal eine Anfrage annehmen? Wollen wir ja mal nicht so sein. Hä? Geht gar nicht. Geht gar nicht. Freundesanfrage. Ist ja eh schon alles wohl. Antwort. Und so sieht das eigentlich aus. Moin, ich grüße auf jeden Fall dich und mein Kumpel Torben. Moin, moin, Torben. Du bist auf YouTube. Wir gehen weiter und schauen uns an, was es hier denn noch alles gibt. Welche Phänomene? Bist du Hacker? Wie kommst du da drauf, dass ich Hacker bin? Ich bin alles außer Hacker. Oh, da guck mal, guck mal mal. Weißt du, wie man bei GTA 4 Knast landet? Ne, weiß ich nicht. Also, wenn man da ein Knast landet, weiß ich nicht. Moin, moin. Und so sieht das eigentlich auch aus hier. Viele Freundesanfragen. Ich bin ja oft nicht mal online hier. Da sammelt sich doch schon einiges. Guck mal. G-g-g-g-g-g hat da einer geschrieben. Hi, GTA Online. Oh, wenig Zeit zur Zeit. Und so sieht das eigentlich aus. Jo, ich hoffe, ihr habt mal ein bisschen Eindrücke bekommen, wie das eigentlich so bei mir aussieht. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich sage moin, moin. Und bis zum nächsten Mal. Euer YouTube-Gast.com auf dem nächsten Mal. Ciao. Ciao.